Heute sehen Sie Herrn Florian Tietz, Leiter Kundendienst und CRM Projektmanagement von der Firma Local Leads GmbH mit Hauptsitz in Berlin im Interview. Die Firma Local Leads ist der führende Anbieter für Angebotssoftware für Handwerker für verschiedene Gewerke. Was machen Sie genau? Ja, unsere Firma ist auch eine Softwarefirma. Wir bauen Handwerkssoftware. Ganz im Detail bauen wir Budgetrechner und Angebotsrechner für Handwerksbetriebe und geben den Handwerkern somit die Möglichkeit, auf Knopfdruck super schnell Angebote zu erstellen und somit sehr, sehr viel Zeit zu sparen. Und wofür nutzen Sie Zoho als Produkt und wie viele User nutzen die Zoho-Produkte? Wir haben aktuell 35 Nutzerlizenzen hinzu und nutzen das intern für unsere eigene Kundenverwaltung, für den Kundensupport, aber auch um unsere internen Projekte zu steuern, die Weiterentwicklung unserer Software auch voranzutreiben. Das ist unser Use Case. Und wie wichtig ist Ihnen der Nathalie-Söl-Vertrieb als Premium-Partner? Das ist für uns immer ein sehr wichtiger Ansprechpartner. Wenn es bei uns mal im Kopf nicht weitergeht, dann kann man sich auch mit einer doofen Frage mal hinwenden und wird immer wieder unterstützt. Also für uns eine sehr starke Stütze, auch in der Weiterentwicklung des CRM-Systems auf unsere Bedürfnisse. Und ja, einwandfrei. Dankeschön.